Hi meine Lieben, ich habe vor ein paar Tagen vorgestern oder so ein Video von der lieben, ich glaube sie heißt Tami, von Reading Teabag gesehen. Und dieses Video hat mich so ein bisschen inspiriert dazu, dieses Video zu drehen. Und zwar ging es in ihrem Video um Booktube und dass sie manchmal so das Gefühl hat, dass sie da vielleicht nicht so ganz reinpasst, weil es irgendwie solche ungeschriebenen Regeln gibt und so. Und deswegen dachte ich, ja, ich wollte mit euch auch mal so ein bisschen über Booktube reden. Ich habe das Gefühl, dass Booktube in den letzten zwei, anderthalb Jahren einfach wahnsinnig gewachsen ist. Ich mache jetzt meinen Kanal hier schon seit drei Jahren. Also ich gucke seit drei Jahren Buchvideos und ich habe so das Gefühl, als ich angefangen habe, da gab es vielleicht so höchstens 30, 40 Booktuber und irgendwie kannte sich wirklich. Jeder jeden und wenn es einen neuen gab, dann hat der erstmal bei allen so die Runde gemacht und alle haben hier halt kennengelernt und so. Und jetzt gibt es, ich weiß nicht, auf Facebook bin ich in irgendwelchen Booktube-Gruppen, wo 300 Leute drin sind. Und nicht alle Booktuber haben Facebook und sind in solchen Gruppen drin und so. Und ja, also 300 Leute finde ich total viel dafür, dass Booktube ja eigentlich so klein war. Und man merkt das ja auch daran, also als ich so angefangen habe, da waren glaube ich die höchsten, also die höchste Abozahl hatte Kossi. Sie war auch eine richtige Ausnahme und das andere, da war so das meiste vielleicht so 2.500 oder 3.000 mehr gab es eigentlich nicht. Also an Abozahlen. Und jetzt haben ja eigentlich schon, also gibt es ja echt viele Booktuber mit über 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Abonnenten, was halt richtig cool ist. Weil das zeigt, dass sich mehr Leute für interessieren und mehr Leute es entdeckt haben, was ja richtig cool ist. Bei mir ist es nur so, dass ich halt irgendwann wirklich den Anschluss verloren habe. Ihr kennt mich ja, ich habe manchmal gute Phasen und manchmal schlechte Phasen. Manchmal drehe ich 2 Monate kein Video, das weiß ich, dass es blöd ist. Manchmal zu anderen Themen. Und vor 2 Jahren hatte ich mal eine Phase, da habe ich irgendwie 2 Wochen lang jeden Tag ein Video gemacht. Also es ist halt einfach immer irgendwie unterschiedlich bei mir. Irgendwann habe ich halt aber so aufgehört, so bei Leuten zu kommentieren. Einfach weil, ähm, ich habe es halt einfach irgendwann so nicht mehr so gemacht. Dachte so, ja komm, bin ich zu faust für oder so. Und dann habe ich irgendwann auch so ein bisschen die Interesse verloren. Hab halt einfach nicht mehr so viele Booktube-Videos geguckt. Und, ähm, war auch weder irgendwie in irgendwelchen Gruppen aktiv oder habe irgendwelche Kontakte gepflegt oder so. Und, ähm, habe auch nicht mehr so viel gelesen. Und die Monate sind vergangen und die Zeit ist, ähm, weitergegangen. Und auf einmal war Booktube quasi so groß und ich hatte irgendwie den Anschluss verloren. Es ist jetzt nicht so, dass ich niemanden kenne, aber ich habe halt so das Gefühl, dass, ähm, ich einfach viele der neuen Booktuber gar nicht so wirklich kenne. Und viele Booktuber, ob sie jetzt, ähm, neu sind oder alt, kennen mich auch nicht. Also, oder haben mich halt nicht auf dem Schirm oder so. Und jetzt war ich letzte Woche auf der Buchmesse und ich habe halt eigentlich gemerkt, wie schade das einfach ist. Ich bin dort halt hingekommen und ich kenne auch viele. Und ich kenne halt viele vom, vom Sehen und, ähm, vom Namen auf jeden Fall. Also, manche Leute habe ich zum Beispiel gar nicht erkannt, aber dann hat mir jemand den Namen gesagt. Und dann hat es halt geklingelt, weil ich das schon mal irgendwo gehört habe oder gelesen oder so. Aber, ähm, ja, ich habe halt, ne, ich kann, ich kannte halt nicht alle und es kannten auch nicht alle mich. Und ich habe halt eigentlich einfach gemerkt, wie schade das ist, weil YouTube lebt halt von der Community. Das ist ja eigentlich das Coole, dass man nicht irgendjemanden im Fernsehen anguckt und sich seinen Teil denkt, wenn man die Sendung ausschaltet und dann das so macht, sondern dass man im Austausch steht und dass man sich, ähm, dass das halt interaktiv ist. Das ist ja der Sinn und es ist halt cool, wenn man eine Community ist und wenn man mit seinen Booktube-Kollegen sich austauschen kann, wenn man irgendwie ein neues Buch lesen will oder wenn, wollen wir das zusammen lesen oder so. Und das habe ich halt einfach gemerkt. Deswegen bin ich halt, als ich nach Hause gekommen bin, ich habe dann halt erstmal ganz viele neue Kanäle abonniert und auch wieder halt wirklich intensiv angefangen, Booktube-Videos mir wieder anzuschauen, wenn ich da irgendwas in meiner Abo-Box gesehen habe, was mich interessiert hat. Ich habe auch jetzt mal wieder kommentiert, Leute. Was ich euch sagen will, weiß ich nicht so wirklich. Vielleicht geht es ja jemandem von euch auch so, sei es jetzt, ihr seid auch Booktuber oder halt einfach nur als Zuschauer, dass ihr halt irgendwie vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen die Lust habt, verloren habt, irgendwie zu kommentieren oder so, weil ihr denkt so, ja toll, ich habe keine Antwort bekommen oder sowas. Aber ich glaube, jeder freut sich über einen schönen Kommentar, wenn der was zum Video sagt. Und um jetzt nochmal zu dem zu kommen, was Reading T-Bag da gesagt hat, von wegen, dass es diese ungeschriebenen Booktube-Regeln gibt und so. Ich habe halt einfach auch irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so wirklich reinpasse. Ich lese halt nur mal irgendwie keine 10 Bücher im Monat und ich habe auch keinen 200 Bücher-Sub. Und ich kaufe auch nicht jeden Monat irgendwelche Riesenbestellungen an Neuzugängen. Es ist halt so. Nichtsdestotrotz mache ich halt gerne Videos drüber und so. Aber es soll jetzt hier eigentlich auch gar nicht nur um mich gehen, sondern mich interessiert jetzt halt auch richtig, wie es denn euch geht. Jetzt als Zuschauer oder als Booktuber. Wie ist das denn? Guckt ihr echt noch viele Booktube-Videos, dass ihr sagt, okay, ich gucke jeden Tag vielleicht 4, 5 Booktube-Videos? Oder sagt ihr, ich gucke nur eine Person oder ich gucke halt das, was mich gerade interessiert oder so. Oder ich gucke gar nichts mehr, ich mache nur noch meine eigenen Videos. Wie ist das denn bei euch? Wie fühlt ihr euch im Moment so mit Booktube und ja, verratet mir das mal. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt interessant oder aufschlussreich war, aber ich hatte irgendwie mal Bedarf, da so drüber zu reden. Also ich freue mich über eure Kommentare und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen werden. Tschüss!